Ja. Stimmt ja. Dank uns. Oh, wie süß. Dafür müsst ihr uns eigentlich bezahlen. Ja. Also, E-Mail ist raus mit Rechnungsdaten und Rechnung. Ja. Aber jetzt hört auf die ganze Zeit seinen Namen zu sagen. Ich muss das raus machen. Ey, warum? Den kann man lesen. Außerdem ist sein Name öffentlich. Nein, das muss ich ja auch noch, wenn ich es im Video schreibe. Sein Name ist öffentlich. Das ist ja kein privater Name. Denk ich mal zumindest, dass er nicht privat ist. Ansonsten muss er auch seinen Namen zensieren, ne? Die ganze Zeit ist dann wieder hier. Ja, da macht das. Nein, braucht man nicht. Da wird geschaffen. Achtung! Der Name ist doch öffentlich zu lesen für alle. Wie wollte man ihn wegschneiden müssen? Was ballert ihr denn da? Ach so. Oh, das ist gut. Ähm, ja. Befrag ihn noch! Befrag ihn noch! Wozu? Er ist tot! Was soll ich denn befragen? Wo er wohnt oder was? Das weißt du. Wo wohnen sie? Warte, 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 warte. Kann ich warten, da ist noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Da wird aufgeweint. Da ist einer, ja. Das ist ja einer. Oh, hier ist Sniper-Diemann. Aufpassen. Wir wollen ja einen Sniper-Diemann. Wo? Ich glaube da oben. Ja, da war eben einer. Da, da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er der Hallonke! Oh, komm jetzt! Da kommt näher! Das ist ja! Ah, Fehler! Warte! Warte, ich will höre! Aufpassen! Da kommt näher! doch da hinten noch 13 gegner alle jetzt jetzt holen wir den sieg hier direkt bei der ersten aufnahme ja das aufnahme und runde ist einer für mister so das festen sollten wir brauchen kriegen ich ganz vergessen beleidigung ist ja nicht mehr aber ja ich habe auch er ist ausgelöst vielleicht nicht da haben wir irgendwie verpackt ist aber gibt es eine june telefonzelle telefon sex machen hier und ein bloß mit anderen spieler da habe ich auch nicht mit der arme der stelle der normale hähnungen geschossen wird geschossen auf der schießerei und da war da war Hat nicht irgendjemand einen Sniper gehabt? Ja, er hat ihn vergessen. Hä, wo siehst du denn da? Wo kam der jetzt? Oh, von links, von links. Von welchem links? Ah, der. Von welchem links? Nur ein links. Ja, von dir links. Der war der Foto. Oder nicht? Wo? Von Nordwest? Ich dachte, ich kommt ein Schüssel, aber egal. Ein Schüssel? Genau, ein Schüssel. Mach mal ein Gegner. Oh, das wird ein bisschen geplanscht. So, ich brauch mal, äh... Was macht ihr denn? Der eine fliegt, die beide haut ab. Ja, wir gehen in die Zone. Der Sturm kommt. Ihr seid echt so inkompetent. Äh, inkompetent. Was meinst du, warum ich nachts Socken in der Hose drin hab? Das ist besser als jede Windel. Du denkst schon daran, dass Genie auch drin? Ich. Du hast noch ein großer Trank. Ja, der gehört mir. Der gehört mir. Ich hab ihn am nötigsten. Das sieht so aus. Ja, das sieht so aus. Ja. Der Gastspieler hat immer noch nicht mal ein Schild. Ja, das ist ja wohl sein. Mann, kann er jetzt endlich mal mit dem Heli... Oh, nee. Mann, nimm mir mal den Heli weg. Mann, nimm mir mal den Heli weg. Kann ihn. Ball ihn doch... Ball ihn doch mal runter. Da oben ist auch noch... Ah, das war schön. Schönes Raketenwerfer runterholen. Alter, so kriegen wir keinen Sieg, wenn er hier dann mit dem Scheiß Heli da die Sieg anläuft. Da oben ist auch XP. Oh, raus da jetzt. Raus da. Hallo. Raus. Du sollst raus da. Ey. Er wird schon geballert. Er wird schon geballert, ey. Ja, ich auch. Die haben ja einfach... Wie raus da du... Alter. Einfach auf die Rübe geschossen. Das ist einfach nicht. Doch. Das ist einfach wahr. Ey, den hat man noch ein Zehn geschützt und vergessen ihn zu tun. So, tschüss. So ein bisschen fies ist ja von Epic schon, dass ich mit Level... ...mit meinem Level da reinkommen kann. XP-Münze hier. Zwischen den Tannen. Zwischen den Tannen. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ah, Mann ey. Wegen Musik im... 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 Du kannst ja auch... Äh... Gesperrt werden. Das war... Gott sei Dank. Nur ein paar Wörter. Und anders umgedichtet. Wo ist denn der jetzt? Alter, unser Gast spiel, ne? Der prescht mit nem... Der hat bestimmt schon 5000 Runden in der Sicht. Kommt aber nicht voran. Ne, ne, du kommst auf Level hoch, wenn du nur nix machst. Also, falls du noch Waffen brauchst, das Haus war unbelootet. Beziehungsweise ist noch teilweise unbelootet. Nee. Ich brauch ein paar Gegner. Alter, wieso lockt der denn jetzt die Gegner an? Ach, Mann, nee. Das ist doch nicht wahr. Das sind noch vier Gegner. Ja, irgendwo hier. Da ist... äh... Vorrats-Liveau. Drei Gegner sind zusammen. Oh, Gigi, Beifuß. Wir holen jetzt die Vorrats-Liveau. Ah. Ich sag's noch, ich gebe Röger. So, der... Und der ist auch weg. Ah, ich muss... Jetzt komm ich mit meinem Stockschirm! Ah! Oh, ja! Ah! Boink, boink, boink. Siehst du wohl? Wir... Haben wir uns nicht die Vorrats-Liveau geholt, dann hätten wir jetzt auch nicht mehr Platz. Ja. Hahaha.